Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine schlimme Nachricht anzunehmen, bei Erextrasa die Lebensminderin, in Faltwaken, an dieser Position, also ganz oben auf dem Turm. Vor Quest war nach Faltwaken, nehme ich die Quest mal an, nun darf man hier eine Sprechblase anklicken, und nun läuft ein Video ab, das werde ich aber unterbrechen, könnt ihr euch gerne auf den Live-Server anschauen. Quest ist bereits zur Abgabe, bei Erextrasa die Lebensminderin in Faltwaken, an dieser Position, oben auf dem Turm. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!